Ja, hallo, liebe Christian Schumacher, Pater, Pops, Jungs-Coach, Diplom-Psychologe und so weiter und so fort. Ja, diesmal Videoblog und geht heute um eine etwas spezielle E-Mail, ein bisschen lang, weil die ein bisschen kürzen müssen. Also versucht euch doch immer möglichst auf tausend Wörter zu begrenzen und sie ist auch, muss ich mal sagen, sehr explizit, ein bisschen special, aber schauen wir mal, wie wir so durchkommen. Es hat jemand bestellt hier bei mir. Und genau, libysche Party, schon sehr gut gebucht worden, also holt euch noch eine Karte am nächsten April in Köln, findet ihr oben bei mir unter Lesungen. So, lieber Christian, ich bin mittlerweile schon Mitte 40, fühle mich aber auch wie Mitte 30, außer ich habe gerade diverse, irgendwelche Symptome. Ja. Alles sehr spezifisch hier. So, ich bin jetzt schon 14 Jahre auf dem Daddy-Markt unterwegs und hatte leider seitdem keine Beziehung, die länger als vier Monate dauert. Das deutet immerhin auf mögliche Bindungsangst-Themen. Wenn da so gar nichts zustande kommt, würde ich immer diese Bindungsangst-Kurse empfehlen bei mir. Vier, sechs und neun sind das die Module. Teils, weil ich 2010 aus Land XY nach Deutschland zurückgekehrt bin, um Psychologie zu studieren. Das Studium und mein Kind, heute auch schon erwachsen, haben mich sehr gefordert, sodass ich mir wahrscheinlich während dieser Zeit auch keine intensive Beziehung habe zutrauen wollen. Ja, trotzdem kommen ja viele so, was weiß ich, über Zufälle in Beziehung, also wenn man so gar nicht in Beziehung kommt, wie gesagt, würde ich immer an dem Punkt mal gucken. Trotzdem habe ich insbesondere seit Beendigung meines Diploms in Psychologie häufig gedatet. Oft mehrere Dates pro Woche, die meist nach dem ersten oder zweiten Dates bereits beendet waren. Auch das, wenn man so extrem viel datet, kann jeder machen, was er will, das ist jetzt keine Kritik, aber kann man mal ein bisschen gucken, ob man so ein bisschen bindungsvermeidend ist. Das ist ja schon sehr viel. Und irgendwann kann man so einer einzelnen Person auch gar nicht mehr gerecht werden, also deswegen ist es auch so ein bisschen ein Grund gegen Online-Dating, weil wenn man das so exzessiv betreibt, da ist es echt schwer, dass so einer sich dann so durchsetzt. Im Nachhinein leider auch viele Frauen, die ich nur zu 30% als passend empfand. Naja, aber 30% immer noch. 30% von 100 Dates ist immer noch eine Menge. Warum ist da nichts draus geworden? Da kann man sich schon überlegen, was ist da los? Seitdem habe ich auch eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht und bin jetzt letztes Jahr fertig geworden und habe. Ja, ist ja auch egal, was für einen Dropper er hat. Zum Thema, ich habe dysfunktionale Bindungsmuster im Sinne, dass ich auch Frauen treffe und anziehen finde, die nicht emotional verfügbar sind. Ja, das haben wir hier fast alle so Muster. Und noch mit dem Ex-Partner nicht abgeschlossen haben, aber unverbindlich bleiben wollen. Ja, man kann halt immer gucken nach Anziehungspunkten, welche Teile in dir sind nicht verfügbar. Welche Ängste hat man vor stabilen Beziehungen? Welche Ängste hat man vor echter Nähe? Das ist ja alles noch eine Vermeidung von echter Nähe. Egal, ob der andere jetzt bindungsängstig ist oder du. Das ist immer so ein Spiel, wo immer Distanz kreiert wird. Die letzte Erfahrung, die ich hier schildern möchte, beginnt Ende, also beginnt jetzt vor kurzem. Ich hatte sie via Hinge im Online-Dating kennengelernt und relativ schnell auch persönlich getroffen. Beim ersten Date kam sie 25 Minuten zu spät. Ist schon eine Menge, ne? Aber gut, kann ja mal passieren. Aber beim Forschungsgespräch wird es nicht passieren. Da nimmt man sich genug Zeit, guckt auf Google. Oder wenn du, ich sag ja immer, Brad Pitt, gibt es ja natürlich aktuellere Beispiele, oder wenn du Brad Pitt treffen würdest, würdest du zu spät kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Von daher kein gutes Zeichen. Sie war dazu noch sehr verärgert über sich selbst und ich habe sie sozusagen schon beruhigen müssen. Bin in die Rolle des Beruhigers gerutscht. Sie sah auf den ersten Blick aus wie ein Erotikmodel mit Push-Up-Schminke und hatte braune Rehaugen, die wir haben auf Letztigkeit ausdrücken. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, was du hier... Also für mich ist das jetzt nichts Positives unbedingt. Ein Erotikmodel mit Push-Up und Schminke und wirkt ja so ein bisschen wie Attribute. Ich will dir jetzt nichts unterstellen, vielleicht ist es eine ganz nette Frau, aber von einer oberflächlichen Frau so. Ja, keine Ahnung. Das Problem haben es auch viele, die so ein bisschen bindungsängstig sind, dass sie so nur nach, also ganz oberflächlich nach Optik gehen und gar nicht gucken, ob da, wie viel Kompatibilität ist da und weil es ja unbewusst gar nicht darum geht, eine echte Nähe herzustellen. Fanden wir uns beim ersten Date gleich sympathisch. Beim zweiten Date trafen wir uns... Gut, Details müssen wir jetzt auch nicht... Also wir trafen uns zum Essen. Allerdings fiel mir damals schon auf, dass sie wenig Fragen bezogen auf mich, mein Leben, meinen Job, meine Interessen formulierte. Leider deutet es ja hier ein Liebeschip an von Frauen, die nicht verfügbar sind. Und das sind natürlich Frauen, Frauen, die auch nicht fragen auf dem Date, die einfach distanziert sind, sich um sich selbst drehen. Also fast alle Männer, die bei mir landen, ja, haben irgendwie minuspolige, um sich drehende Frauen gedatet, die dann zwar partiell sehr verletzlich wirken, aber sich auch sehr um sich drehen. Das ist ja immer diese ewige Mischung, von jemand, der sich immer um andere dreht, mit jemand, der sich nur um sich dreht. Das sind halt diese beiden Modi, was ich auch in meinem Modul 1 immer wieder sage. Die sich oft finden in dysfunktionalen Familien. Also entweder geht man in die Richtung oder in jene Richtung. Und die finden sich häufig zusammen, auf eine ungute Weise. So. Gut, mit dem Ex können wir von ihr, können wir, glaube ich, auch voraussassen, außer, dass es eine On-Off-Situation war, ihr Ex. Ja, auch wieder sehr dramatisch, dramatisch, wenn ich hier einfach nur so Wörter lese, wie rausgeschmissen, Facebook, ausgegeben, in Clubs ausgegeben als Single. Also scheint auch Drama zu lieben, dein Date hier. Die Gespräche beim Date ging schon zu einem gewissen ungesunden Maß über die Situation von einer Tefkula. Beim dritten Date kam sie zu mir und wir kochten zusammen. Das war schön. Wir kuschelten und hatten noch etwas Peting. Wir gingen zusammen ins Kino und auch das war schön. Und beim fünften Date war ich etwas krank und sie kochte zusammen mit mir. Und sie bekam Oralsägs und eine Massage. Ja, hier geht es schon los. Das wird sie jetzt, ich habe mal ein bisschen weiter gescannt schon mal, das wird sie jetzt so durchziehen, dass du deine Date hier bedienst vor und zurück irgendwie. Und für dich aber nichts nimmst. Also hier haben wir, glaube ich, so ein bisschen, wollten wir ja mal ein bisschen mehr fokussieren in Zukunft, People-Pleaser-Geschichten. Also kann man aus dieser einen Sache jetzt natürlich nicht sehen, aber ich weiß, dass ich das hier so fortsetzen werde. Da ich eher ein ängstlich-unsicherer Typen in Beziehung auf Sexualität und Potenz bin, habe ich mir Testosteron-Produkte genommen und mir viele Videos angesehen, um eine gute Erektion zu haben. Also das ist alles ein bisschen speziell, um mir eine Penis-Vakuumpunkte gekauft. Also pass mal auf, wenn du, das ist ja schlimm genug, wenn du jetzt Probleme hast, körperliche Probleme mit deiner Sexualität, dann gehst du zum Arzt und lässt dich da einstellen und nimmst nicht selber irgendwas, würde ich mal vorschlagen. Weil das sind ja schon heftige Methoden, die du hier benutzt. Also wenn du da, vermute mal, Erektionsprobleme hast, lass sie ordentlich behandeln. Da gibt es ja wirklich eine Menge Möglichkeiten. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, kann man ja haben. Aber mach da nicht so viel selbst. Kommt mir ein bisschen vor, als wenn du dich da so selbst behandelst. Das wäre jetzt nicht so gut. Ich wollte es nicht vermasseln und sie befriedigen können. Da mal wieder dieses People-Pleaser-Ding. Ich muss gut genug sein. Ich muss sie befriedigen können. Es geht nicht um dich. Es geht nur um sie. Als es dann soweit war beim nächsten Date, habe ich mir auch noch eine Viagra-Mapille genommen. Wie in den letzten Jahren, trotz medizinischer Gesundheit, meines besten Stückes. Ja, also ich kann jetzt, mir fehlen jetzt, ich bin auch kein Arzt, mir fehlen jetzt natürlich hier medizinische Details, sag ich mal. Aber irgendwann scheint er ja nicht in Ordnung zu sein. Selbst wenn es psychisch wäre, aber für oft ist es ja auch doch irgendwie körperlich. Lass dich durchchecken und ordentlich behandeln von der richtigen Person. Also mach nicht so viele Selbstversuche da. Und sie wieder oral massiert und so weiter. Wenn es sie einfach genossen hat und auch einen Höhepunkt hatte. Wo steht da irgendwas von deinen Wünschen? Ich höre nichts von deinen Wünschen. Ich höre nichts, was du brauchst. Ich höre nichts, was du dir wünschst. Egal, ob du jetzt Erektion hast oder nicht. Was brauchst du? Vielleicht möchtest du auch massiert werden. Vielleicht ist es ja auch eine Sache, wenn man zu sehr im Kopf ist, dass einem die Frau einfach mal massiert. Das kann auch Wunder wirken, was so Erektionen angeht. Und ja, warum nimmst du nichts zu dich? Warum, was ist da? Also das würde ich mir mal angucken. Ich meine, weiß nicht, dann wird es ja auch Selbsterfahrungsteile gegeben haben in deiner Ausbildung, vermute ich mal. Kennst du das vielleicht? Vielleicht, dass, ja, weiß ich nicht, dass du dich immer nur um andere drehst, immer um die Bedürfnisse anderer, vielleicht People-Pleaser-Geschichten hast. Also wirklich ein bisschen so, ne? Danach hatten wir über ein paar Minuten ganz schön Bettsport. Wir sind dann anschließend mal in den Schlafzimmer und im Bett gegangen, wo sie ein, ja, Sexualspielzeug fand und sich ekelte. Ja, also solches Spielzeug würde ich vielleicht nicht rumliegen haben. Weiß, warum man sich dann ekeln muss, weiß ich nicht. Aber kann mir auch mal wegstecken, ne? Wir haben dann im Bett noch gekuschelt und sie ist dann nach Hause gegangen. Zwischendurch haben wir täglich geschrieben und telefoniert. Das ist nicht, was ich lehre, ne? Hang out, have fun, hook up, ne? Und nicht stundenlang schreiben, telefonieren, immer nur daten, Spaß haben, gucken, wie weit es geht. Neues Date, dann, was weiß ich, ein bisschen Pause. Jemand meldet sich, neues Date. Gucken, was passiert dann. Zum nächsten Date kam ich zu ihr nach Hause mit Übernachtung. Wir haben zusammen gekocht und gegessen und eine Netflix-Serie geschaut. Ich habe sie wieder massiert und oral, ihr wisst schon. Und dann habe ich an dem Abend Schwierigkeiten mit Kondom, beziehungsweise es ging nicht so leicht und ich habe wenig Gefühl, ja, das soll vorkommen. Weshalb wir dann das Ganze erstmal eingestellt haben. In der Nacht hat Anna Tevkola... Gut, es kommen auch irgendwelche Details von ihr, ersparen wir uns auch mal. Nicht gut schlafen können, da sie noch erkältet war und nicht gut atmen konnte. Zudem auch mich leiser als Schnarchen hören. Klingt mir nicht wie jemand, der mit dem... Also es klingt mir wie jemand... Ich höre schon die Kritik wieder raus von ihr. Weiß ich nicht. Vielleicht hättest du auch Frauen, die einfach nicht so hundertprozentig auf dich stehen irgendwie und ich höre hier schon Kritik wieder. Und ja, dass du es meinst, du musst es ja immer besorgen und du kriegst aber nichts hier, ne? Morgens hatten wir noch Bettsport, der diesmal besser funktioniert hat. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Da auch sie wieder einen Höhepunkt hatte und aussah, als wenn sich der Spaß nicht vorgespielt war. Du drehst dich nur um sie, ne? Aber Sexualität ist, dass man sich schon um den anderen dreht, aber um sich genauso. Man muss ja... Ich bin jetzt kein Sexualtherapeut, aber ich denke immer so, man muss ja... Jeder ist ja zuständig für seine eigene Sexualität, für seine eigenen Fantasien, für seinen eigenen Körper und auch irgendwo für seinen eigenen Spaß und da guckst du gar nicht, ne? Ich hatte unserer Begegnung nie einen Höhepunkt und wurde auch von ihr weder massiert noch oral oder ihr wisst schon. Ja, sprich es an. Also das wäre mein Tipp an dich. Sprich es an. Ich weiß, ich habe da auch immer wieder im Leben mitzukämpfen, mit diesen People-Bleaser-Attitüden. Das ist wirklich ein Lifelong. Es gibt immer eine neue Zwiebelschicht, die man so abpellt sozusagen und ja, mach die Klappe auf, sag, was du möchtest, ne? Und ohne Angst vor Konflikten und ohne Angst, dass sie dich ablehnt oder so. Das ist auch irgendwo polar zu sagen, was man sich wünscht, ne? Ich formulierte den Wunsch beim nächsten Mal ohne Kondom zu schlafen. Ich hatte diverse Tests gemacht, bla bla bla. Sie verhütete, wollte keine Tests machen. Sie widersprach mir nicht und bekräftigte, dass wir das nächste Mal ja, ohne Schutz wir aßen Frühstück und ich fuhr nach Hause. Zum nächsten Tag gingen wir ja, klettern als Ablenkung. Und da, jetzt kommt so aus dem Nichts, ist plötzlich irgendjemand gestorben bei ihr. Also so, wie du das so schreibst, habe ich so, das sind jetzt nur Fragen an dich. Ich kann wirklich, ich habe keine Glaskugel, ne? Aber da frage ich mich so ein bisschen, na, wie soll ich das mal sagen? Es wirkt so ein bisschen so, als wenn du so ein bisschen Themen hättest, dich so emotional auf dein Gegenüber so einzustellen. Oder vielleicht andersrum auch, ne? Aber vielleicht kann sich dein Gegenüber auch nicht so richtig auf dich eintunen. Also es wirkt irgendwie so, als wenn die immer so ein bisschen off-wärts zusammen, ne? Gut, auch wieder geht es wieder nur um sie übrigens, ne? Sie rief mich deshalb an und ich tröstete sie und dann, ja, irgendwie klettern. Dort hatten wir Freude, aber ich realisierte, das ist nur ein kurzer Kusskram. Also was haben wir wieder? Keine Kontinuität im Dating. Nicht gut, ne? Anstatt, dass sie noch mit mir nach oben kam. Äh, ja, was sagt uns das? Die Frau ist nicht komplett verknallt, ne? Beim nächsten Datenkrank... Äh, im... Krankenversäuche, im Restaurant hatte ich sie wieder getröstet, weil sie einen kleinen Unfall hatte. Ja, es geht nur um sie, ne? Aber das wirst du auch du, der nichts einfordert. Man kann das nicht nur auf den anderen schieben, ne? Sie sagte bereits in der dritten Datingwoche, nachdem wir auch schon Betsport gehabt hatten, dass wir doch ein Paar sein. Gleichzeitig sollte ich sie im Restaurant nicht auf den Mund küssen, was ich ansprach und sie sagte, dass sie sich dessen nicht bewusst sei und dass dies keine Bedeutung hätte. Ja, also ich... Also, ja, sie ist schon mal nicht richtig verliebt, aber es wirkt auch so, als wenn ihr immer so ein bisschen off seid, ne? Vielleicht gesagt, habt ihr beide Schwierigkeiten euch. Vielleicht passt es auch. Vielleicht datest du auch einfach Frauen, wo es einfach nicht passt. Also es ist ja so... Also kenne ich auch von Dates, dass man... Es vibet einfach nicht, es passt nicht und trotzdem macht bewusst, dass man vielleicht irgendwie weiter, sollte man aber vielleicht nicht tun. und es ist irgendwie, als wenn ihr nicht so auf der gleichen Frequenz sendet, aber es wirkt auch so, als wenn sie nicht richtig verliebt ist, ne? Und vielleicht, dass sie sich auch zu sehr um sich selber dreht, ne? Ja, also guckt, was dein Liebeschip ist, ne? Muss... Kann ich... Wenn das immer so ist, kann ich es auch nur sagen, du datest nicht die Frauen, die dir gut tun und dann ist es besser, daran zu arbeiten, auszuhalten bei Frauen, mit denen man wirklich emotionale, freundschaftliche Basis hat. Lieber da dieses unangenehme Gefühl von Bindungsangst auszuhalten oder von Stabilität, anstatt hier irgendwie rumzudoktern an Frauen, an Mitfrauen, wo es... Weiß ich nicht, wo es ewig ist, wirklich schwer einen Finger draufzulegen, was da genau bei euch nicht läuft, aber irgendwie passt es ja nicht, ne? In der letzten Beziehung waren wir telefoniert und wir täglich, meistens rief sie an und wir hatten irgendeinen Ausflug. Dann wollten wir nach Timbuktu. Sie hatte Tickets gebucht und ich das Hotel. Dort lebten ihre Freunde, die sie auch treffen wollte und ich wollte währenddessen mit einem Freund abends essen gehen. Okay. Dann wollte sie bei dem Tag davor nicht bei dir schlafen, da sie noch eine andere Freundin bei ihr vorbeikam. Naja, ihr seid jetzt nicht ewig zusammen, das kann ja alles mal passieren, ne? Ich war enttäuscht, als sie auch ablehnte, nach Abends noch nach dem Besuch zu mir zu kommen, da doch meine Wohnung viel näher am Bahnhof liegen würde. Ja, also verstehe ich. Wie gesagt, offensichtlich ist sie nicht so verliebt, wie sie sein sollte. Da darf man natürlich immer gucken, kann ich dir nur raten, guck mal meinen Datingkurs rein und ja, wie du vielleicht für mehr Spannung, Attraktivität sorgen kannst und naja. Sie war in eher schlechter Stimmung und diese wurden noch schlechter, als sie statt eines bestellten Cappuccinos einen Kakao bekamen. Sie sagte, ich bin eine Drama-Queen. Also praktisch alle Männer, die mir schreiben, daten Drama-Queens und ja, weil da kann man auch wieder gucken, ist man selber Drama-Addicted, ne? Warum macht man das, ne? Und das ist keine gute Aussage, also wäre für mich schon ziemlich ein Red Flag, wenn das jemand sagen würde. Und ja, klar, wenn sie dann einen Riesenaufriss, meine klar, wenn man Kakao bekommt, will man nicht haben, ist natürlich scheiße. Ist jetzt alles nicht so extrem, finde ich, aber ja, keine gute Aussage, ne? Ja, auch auf dem Weg nach dem Buckle wurde die Stimmung nicht besser, als sie ein Zwiebelbrötchen aß und ich sie dann küsste und über ihren Geruch witzelte. Ja, das finde ich auch nicht gut. Mein Gott, dann ist sie halt ein Zwiebelbrötchen, dann kannst du ja trotzdem küssen. Warum musst du dann sagen, sie riecht schlecht? Also, das finde ich von dir jetzt Distanz erzeugend, ne? Also, wenn die Frau jetzt schreiben würde, würde ich auch sagen, okay, fängt der Mann wohl schon mit der Kritik an, ne? Jetzt kreist du Distanz hier, ist auch nicht gut, ne? Gespräche drehten sich leider wieder nur um ihre Familie. Ja, nicht, hatten wir schon. Ich bin als Psychologe und Therapeut oft in die Rolle des Zuhörers und Verstehers gerutscht. Ja, ich kann euch nur allen raten, wenn ihr in diesem Berufsfeld arbeitet, wirklich versuchen, das Privatleben davon freizuhalten und nicht da auch noch die, privat auch noch den Therapeuten zu spielen. Das ist wirklich super wichtig, weil ich glaube auch, dass viele Berater so ein Thema haben mit, oder hatten zumindest, mit Co-Apengen-Tendenzen. Warum wählt man überhaupt diesen Beruf? Man hat vielleicht sowieso schon ein Thema, dass man so Mamis Therapeut war und was weiß ich. Da muss man echt, ist ja auch nicht schlimm, muss man aber erkennen, tust du ja auch und dann aber auch sagen, nee, ich spiele diese Rolle nicht mehr. Also ich versuche das auch im Privatleben. Klar, ich würde, wenn ich mit jemandem befreundet bin und er braucht Hilfe natürlich oder jemand braucht mal irgendwie einen kurzen Rat, einen Liebeskummer, klar bin ich dann dafür da, aber so konsequent, einseitig immer der Versteher zu sein, ist nicht gut. So, als sie dann über 20 Minuten auf der Toilette war, habe ich mit der Sitznachbarin auf der anderen Zugseite ein Gespräch angefangen, ihren Hunden kennengelernt und über sie erfahren, dass sie erst Architektur und dann Medizin studiert hatte und jetzt promovierte, also warum, erst mal, warum schreibst du das hier? Wofür ist das wichtig? Also, warum machst du das? Also, sie geht auf Klo und du hast gleich mit einer anderen Frau angewendet. Findest du das nicht selber ein bisschen toxi irgendwie? Warum? Das ist total off und weird irgendwie, ne? Also, mich würde das total abfacken als Frau, ne? Sag dir ganz ehrlich, ne? Ganz spannende Frau tatsächlich, vielleicht im eigenen narzisstischen Anteil berichtet, berichte ich später an der Tefka über das Gespräch. So, es hat sich noch nicht mal mitgekriegt, jetzt musst du dir das auch noch auf die Nase binden, das ist wirklich, das wirkt so von dir so minuspolig, jetzt sag ich mal, das ist so, hey, ich hab grad irgendwas gemacht, was dir wehtun wird und weil du es nicht mitgekriegt hast, sag ich es dir jetzt noch mal, mh, wenn du mir schon weißt, dass das vielleicht nicht so der beste Anteil ist in dir, lass, dann versuch es doch zu lassen irgendwie, ne? Was ich, glaube ich, überhaupt nicht gut fand, ach, ne, da wundern wir uns jetzt, aber ein Mann sollte nicht einfach so mit anderen Frauen sprechen und auch möglichst keine Freundschaften mit Frauen pflegen, ja gut, das ist jetzt eine andere Sache mit Freundschaften, aber ey, ihr seid gerade frisch zusammen und du machst da irgendwelche anderen Weiber an dem Zug, was soll das, wirklich? Im Hotel angekommen, sprang ich gleich aufs Bett und war ready für eine Session, doch, Anna Tefka pfiff mich zurück und beschwerte sich, dass ich mit der Straßenhose aufs Bett ging, Gott, die ist aber echt, aber ihr seid beide echt so kompliziert, vielleicht wäre es besser, da würde es, ihr würdet beide jemanden daten, der nicht so kompliziert ist, das ist ja auch nicht schlimm, man kann das ja auch nicht abstellen manchmal, aber es ist dann besser, wenn einer nicht so kompliziert ist auf jeden Fall, ne? Und ich setze mich wieder hin und trank einen Kaffee mit ihr und ging dann auf ihren Wunsch gleich wieder nach draußen und ja, sie vermeidet Intimität hier, ganz klar, das zeigt, dass sie irgendwie schon wieder auf dem absteigenden Ast ist, ne? Ich war enttäuscht über ihre Abfuhr, ja, verstehe ich total, Weihnachtsmarkt, Restaurant, schließlich war ich im 18. mit einem Kumpel verabredet, sie sagt, wir treffen uns dann irgendwann im Hotel, was ich auch nicht sehr verbindlich oder partnerschaftlich fand, geht einfach nicht so gut weiter, also ich weiß natürlich auch nicht, wo das jetzt falsch abgebogen ist, aber also man merkt, dass sie irgendwie nicht in Kontakt kommt, also wenn du so lange eine Frau datest, mit der man eigentlich nicht in Kontakt kommt, da scheint ja irgendwas zu sein, dass du das ansteuerst oder auch tolerierst oder diesen Nicht-Kontakt, das würde ich mir echt mal angucken, ne? So, dann seid ihr aufeinander getroffen, jetzt hast du wieder angefangen, sie zu massieren, du musst echt mal lernen, dir auch was zu nehmen, ne? Ja. So, wieder das übliche Spiel, dass du sie befriedigst, aber man, ey. Gut, dann ist das, gab es wieder Themen mit Kondomen, dann wolltest du ohne, sie wollte aber mit und fühlte sich unter Druck gesetzt, was ich respektierte, alles gut, aber auch da, irgendwie kommt ihr nicht zusammen, ne? Ohne Gespräch lagen wir beide bis zum Morgen am Ende des Bettes mit riesiger Lücke zwischen uns und keine Worte. Das ist immer so schrecklich, wenn das dann nicht vibet und dann so sprachlos wird, ne? Am Morgen konnte ich mir dann fragen, was ist eigentlich los, wenn ich Rückmeldung bekomme, außer ich bin nicht verliebt und es passt, glaube ich, nicht. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr ehrliche Aussage. Trotzdem fragte ich sie, was wir jetzt machen würden. Ja, du gehst einfach, auch da wieder nicht drauf ein, ne? Da muss man doch, würde ich sagen, bleibt beim Gespräch und sagt, okay, passt nicht, okay, was machen wir jetzt? Also mit einer Frau, die sich so distanziert, würde ich keine fünf Minuten mehr verbringen wollen, also nicht aus Strafe oder so, sondern, weil das wird ja immer schlimmer dann, ne? Und du machst es aber so weiter und versuchst den Tag mit dir zu verbringen, das erzeugt auch Irritation, glaube ich, ich erklärte ihr, dass ich es seltsam empfand, dass sie mit so meinem, ich verstehe jetzt nicht so richtig, dass ich es seltsam empfand, sie mit meinem Bruder zu nehmen, nachdem sie über Nacht sozusagen festgestellt habe, dass sie keine Gefühle haben, wie ich habe und schlug hier vor, ach so, okay, dass sie bei ihrer Freundin bleibt, okay, dann versuchte ich nochmal rauszufinden, was sich verändert hat, es ist irgendwo müßig, dafür dated man und wenn man dann feststellt, es geht einfach nicht voran und es vibet nicht, dafür dated es auch so viele Frauen auch, dass es dann auch loslassen können können solltest, sag ich mal, ne? Aber wenn das alles so Prozesse waren wie der hier, also man merkt einfach, du vibest einfach nicht mit dieser Frau und du bist viel zu sehr im Kopf und bei der anderen Frau und viel zu wenig bei deinen Bedürfnissen, glaube ich, ne? Und wenn, dann machst du irgendwas, was weird ist, dass du dann mit der anderen Frau im Zug redest, so, ne? Hoffentlich nicht zu streng, aber ich habe ja immer nur so ein paar Minuten mit jedem von euch, hier. Sie konnte es nicht beschreiben, sagte, dass es ja nicht funktioniert, habe auch sexuell, ja, dass Frauen natürlich manchmal sehr hart mit so Erektionsproblemen, aber letzten Endes könnte man jetzt auch wieder sagen, ist dann nicht die Richtige für dich, so, ne? Ich meine, das solltest du natürlich trotzdem mal angehen, aber, ja, ich denke schon, dass, wie gesagt, dass sie sich sehr um sich dreht und dann noch, oh, was ja nicht funktioniert, du Blödi, da sind Frauen auch manchmal echt knallhart irgendwie, aber gut, sie empfand dich als sehr verletzend, ja, verstehe ich total, sie erzählte im Zug mehr Geschichten über ihren Ex, na, jetzt ist es ja eh da driftsgelutscht hier, ne? Er habe alleine 60 Paar Schuhe und Bergekleider in ihre Wohnung gebracht, was heißt das? Für mich heißt das, sie ist vielleicht ein Golddigger, sehr auf Äußerlichkeiten bedacht, verschärft so dieses, dass sie sich sehr um sich dreht und sehr oberflächlich ist, ne? Ist ja nicht verboten, aber, naja. Gut, dann hat sie dich noch mit dem Ex verglichen und dass er besser ist als du, ja, super, sehr nett. Okay. So, dann seid ihr scheinbar so, also hier ist jetzt wirklich spätestens der Moment, wo man einfach Schluss machen sollte, ne? In der Woche danach konnte ich nicht so gut schlafen, konnte mich wenig ablenken, trotzdem ich viele Freunde traf. Ich vermute mal, dass sich das auch sehr verletzt hat jetzt hier, Aber deswegen sollte man auch nicht so Frauen daten, die so unempathisch sind, wobei du auch so ein paar unempathische Punkte hier gezeigt hast, aber, ähm, ja, es ist, glaube ich, du müsstest das sowohl in dir aufräumen, als auch diese Frauen nicht mehr daten, die so sind, ne? schließlich bekam ich vom Urologen doch meinen Testosteron-Blutwerte mitgeteilt, ähm, und, also ich bin jetzt kein Arzt, aber die Werte, die ich jetzt hier sehe, scheinen mir tatsächlich sehr stark nach unten abzuweichen, ähm, also was heißt das, äh, lass dich ordentlich behandeln, ne? Und mach nicht so Selbstgeschichten und wenn, wenn der da nichts, äh, macht, dann, ähm, hol dir eine Zweitmeinung ein, weil, also, super niedrige Testosteron-Werte sollte man behandeln, denke ich, ne? Wie gesagt, ich bin jetzt kein Arzt, aber, so, was mein so Leihenwissen angeht in dem Bereich, und klar kann das, also gibt es zwar nicht so eine 1-zu-1 Beziehung zu Erektion, glaube ich, aber eine Gewisse, denke ich schon, wenn das jetzt viel zu niedrig ist und, ähm, würde ich unbedingt angehen, dass du körperlich, ähm, weißt, äh, so, ich bin gut aufgestellt, weil die Psyche kann dann natürlich noch genug, äh, reinspielen, aber, man sagt ja so, dass es viel häufiger körperliche Probleme sind, als man so denkt, irgendwie, ähm, und bekam Selbstzweifel, ob ich sexuell, psychologisch verkorkst bin, oder die Testosteron-Werte biologisch oder durch zu viel Arbeitsstress herkommen, also sie sind tatsächlich, wie gesagt, Leidenwissen so niedrig, dass ich denke, das musst du unbedingt weiter abklären, ich denke, das sollte er auch gesagt haben, also, ich glaube nicht, dass, ähm, weiß ich nicht, es gibt, glaube ich, auf jeden Fall Abklärungsbedarf, würde ich mal sagen, ich zwar will da auch ein interessanter Typ zu sein, äh, verglichen mit diesem Ex mit 60 Paar Schuhe, ähm, ja, also wir alle mögen Ablehnung nicht beim Dating, vor allem, wenn man schon fünf Wochen zu tun gehabt hatte, ähm, aber, weiß ich nicht, jede Ablehnung ist auch eine Chance, jede Ablehnung ist auch eine Botschaft vom Universum, ihr passt einfach nicht zusammen, das darf man auch nicht zu persönlich nehmen, und wie gesagt, du musst dringend an diesen People-Pleaser-Anteilen arbeiten, und aber auch an diesen Sachen, wo du vielleicht manchmal oft bist, ne, also, vielleicht musst du dir nochmal mehr Feedback holen von Freunden, oder, oder, keine Ahnung, also, bist ja selber vom Fach, ähm, aber ich reagiere wahrscheinlich so stark emotional und gekränkt, traurig und wütend, da ich bereits in einer Kindheit wenig Intimität mit Eltern und Mutter hatte, ja, okay, jetzt die bestimmt, wird das irgendwie damit zusammenhängen, gut, mein Bruder wurde von meinem Vater vergöttert und gelobt, meine Mutter war unterwürfig und schloss sich der Vergötterung an, ja, und du bist auch so ein bisschen unterwürfig der Frau gegenüber, ne, wenn ich es mal ganz direkt sein darf, ne, ja, wenn du sie immer nur besorgst und du nimmst aber nichts, dann bist du auch irgendwie unterwürfig, ne, und das ist unpolar, ne, also das alleine schon ein Problem, denke ich, an dieser Stelle jetzt hier, ich war echt motiviert nach 14 Jahren kurzen Beziehungen mal eine ernsthafte und lange Beziehung zu führen und habe mich emotional geöffnet, ne, wenn du dich emotional, also hast du vielleicht auch, aber mehr geöffnet hättest, hättest du gesagt, hey, jetzt bin ich mal dran hier beim Sex irgendwie, ne, da hast du dich, also öffnen heißt nicht immer nur dem anderen zu Diensten sein, sondern heißt auch eigene Bedürfnisse dazu, sonst kann keine Nähe entstehen, ne, und die Frau ist wirklich nicht geeignet dafür, wirklich nicht, also wenn die jetzt rausgesucht hast aus den vielleicht hunderten Frauen, dann solltest du echt mal auf deinen Liebeschip gucken, ne, so, süße Stimme, Traumkörper, ja, klar, gucken wir Männer drauf trotzdem, sehr im Ego, wie mir scheint, eigentlich mag ich natürlich Frauen, aber lande doch oft bei einer ganz anderen Frau und verliebe mich in Frauen, die mich kaum sehen und sich wenig für mich interessieren, ja, das sehen wir hier eindeutig, also deswegen heißt das für dich, glaube ich, Unprogrammierung des Liebeschips, ne, ich habe an der Chef gestern noch WhatsApp-Feedback geschrieben, was soll das, es ist over, da kommt nur Müll raus, es ist over, wirklich, dann geh raus aus dem Scheiß, ne, dass ich das Ende wenig empathisch fand und mir gewünscht hätte, dass sie mir ihre Gefühle, ja, aber wenn man jemanden abschießt, das ist nie schön, ne, was soll sie denn da sagen, soll sie da noch ein Krönchen dran machen oder die Blumenschraube schenken zum Abschied, klar, hätte sie das ein bisschen netter machen können, einfach sagen, ey, ich glaube, es passt nicht und nicht noch, oh, du hast es im Bett nicht gebracht oder so, wenn ich das so richtig verstanden habe jetzt hier, ähm, also so hat sie es ja auch nicht gesagt, sondern dass es irgendwie nicht gepasst hat, das finde ich auch, hätte sie sich sparen lassen können, aber, das, so ist sie, glaube ich, ne, aber okay, wenn du meinst, musst du dir das noch schreiben, aber das wird nicht gut ankommen, denke ich, ne, ich habe ihr leider auch geschrieben, dass ich mich, okay, das verstehe ich jetzt nicht so richtig, irgendwas über ihre Familie, da sollte man sich, glaube ich, raushalten, wenn man sich gerade trennt, dann auch noch irgendwas über ihre Familie zu sagen, das wurde alles abgewertet und nicht angenommen, der Kontakt wurde jetzt ganz abgebrochen, ja, weil, jetzt hat sie sich ja schon gesagt, es passt nicht und du kommst immer wieder an, dann kriegen Frauen Angst, dass sie gestalkt werden, womöglich irgendwann, und dann wird lieber gleich, ups, null Kontakt so, ne, ich fühle mich nicht gut, teilweise halte ich mich für beziehungsunfähig und komme mir auch in der kurzen Beziehung irgendwie schwach und ausgenutzt vor, ja, also, wie gesagt, das ist jetzt nur eine Mail, aber, ähm, erstmal sollte man sich auch gucken, dass man sich nicht Leute aussucht, bewusst, unbewusst, die einen vielleicht ausnutzen und dann solltest du auch, auch ganz bewusst mehr nehmen, das ist ja auch, ne, und das sehe ich hier nicht so, ne, ich habe mir Mühe gegeben, auf ihre Bedürfnisse einzugehen, ja, ich denke, das ist hier People Pleasing, ne, und habe wenig dergleichen von ihr erfahren, das ist ja im People Pleasing immer, dass man denkt, man, ähm, kriegt viel, wenn man viel gibt, aber, ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht funktioniert, ne, was muss ich anders machen, welche Verhaltensweisen, ja, ich glaube, das habe ich jetzt gesagt, und nicht zuletzt bleiben, Selbstzweifel bezüglich meiner Sexualität und meiner Männlichkeit, bin, sehr groß, muskulös, langsportlich, äh, guter Beruf, und glaube auch interessant und gar nicht hässlich, ja, ist alles gut, aber, ich würde auf jeden Fall an der Polarität arbeiten, und das andere würde ich versuchen, medizinisch anzugehen, ne, und nicht so in Selbsttherapie oder so, ne, allerdings habe ich hunderte Dates gehabt, ohne dass ich mich verliebt habe, da, du weißt, wo du da gucken musst, come on, meine längste Beziehung war mit einer Frau mit Borderline und Suchtproblemen, da muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, Liebeschip, umprogrammieren, äh, jetzt geht's noch kurz um die Mutter deines Kindes, die jetzt, äh, 14 Jahre älter ist als du, gut, das lassen wir jetzt mal, das ist eh schon alles zu lang, ich denke, ich habe gesagt, wo man, wo ich jetzt, was ich hier so sehen kann, in dieser etwas, äh, 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 wie soll ich mal sagen, Mail mit vielen Irrungen und, ja, einfach versuche ich jetzt rauszuziehen, was ich rausziehen kann hier, ich hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter, ähm, vielleicht gibt's auch noch was Interessantes in den Kommentaren, lass mir gerne ein Like da, ein Dislike, ähm, teilt auch gerne meine Videos, das vergesse ich immer zu sagen, und ich sehe das dann, ab und zu mal, bei YouTube, wie viele Videos geteilt werden, das ist ja Wahnsinn, also macht das gern, das nutzt ihr auch mal im Kanal, und wir sehen uns bald wieder, und vielleicht auf der libysche Party, ciao, lieben. äh, Ja, Vielen Dank.